Ausbildung zum Hubschmied interessieren. Blödsinn. Das wäre doch gerade. Nein, für unsere Ausbildung. Ja, für uns. Und das war... Wir tun einen Film aufnehmen. Da darf das Telefon nicht leiten. Im Filmstudio. Und jetzt haben wir Pause. Jetzt hat das Telefon geleitet. Jetzt können wir alles nur noch von vorne anfangen. Dann schimpft es Alexander. Ja, im Filmstudio. Aber da ist eh kein Platz. Ja, das weißt du ja eh. Ja, das ist eh voll. So. Die waren mein Ende geworden. Ja. Ende aus. Ja. Liebe Jugendliche. Ich bin nicht so schnell. So, jetzt. Darf? Das ist ein Wahnsinn. Aber jetzt war es wirklich. Das wäre ein bisschen der Stefan. Ich habe voll aufgehangen zu. Ja, überhaupt nichts. Jetzt müssen wir aufpassen. Das ist nicht gleich der Tür. Liebe Jugendliche und Interessierte, Hufprotection ist ein Zusammenschluss von mehreren Hufschmieden, der vor fast 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte begründet hat. Liebe Jugendliche und Interessierte, Hufprotection ist ein Zusammenschluss von mehreren Hufschmieden, der vor fast 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte begründet hat. Hufprotection ist ein Zusammenschluss von vier Hufschmieden, Hufprotection ist ein Zusammenschluss von mehreren Hufschmieden, Okay. Und. Was? Ja, du auf. Nichts macht er. Untertitelung des ZDF, 2020